In München war die erste Schlag von unserem Roten Heer. Da heißt es anmarschieren, der Hitler muss greppieren. Geht an, gib Feuer und ladet schnell, weicht keiner von der Stell. Ja, schnell geht an, gib Feuer und ladet schnell, weicht keiner von der Stell. In München war die zweite Schlag von unserem Roten Heer. Da heißt es anmarschieren, der Hitler muss greppieren. Geht an, gib Feuer und ladet schnell, weicht keiner von der Stell. Ja, schnell geht an, gib Feuer und ladet schnell, weicht keiner von der Stell. Ja, schnell geht an, gib Feuer und ladet schnell, weicht keiner von der Stell.